Der macht, der macht, der macht, der ist der Jackel. Ich mach wie bei Sky-Folgen. So, es geht los. Achtung, wir starten. Was soll das werden, YouTube oder TikTok? YouTube. Ja, ich sehe alles hier. Aufgedrückt, den hinten nach rechts und links geschwungen, und dann geht's ab. Wieder los. Hier wieder los. Ein Show. Schau. Du bist hier wieder los. Eta drückt der Junge. So, dann können wir in der Letzte zum Beispiel. Das ist ja wirklich schnell. Was? Sonst hat der nur drei Überschläge gemacht. Kamerabolus. Weißt du, was das tolle ist? Wie viel los geht's? Wie geht's? Wow! 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 What the fuck? Alter! Das war geil! Wow! Ich muss auch mein Kopf aufpassen. Ich auch. Nein, schau mal. Ich schau mal in die Runde auf. Dann würde ich sagen, wir fahren einfach nochmal. Jawoll! Jetzt ist die Bremse drin. Hä? Jetzt ist die Zeitbremse drin. Es ist kalb. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Das ist gewonnen! Und eine weitere Zeitbremse. Ja! 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 Jetzt ist der steht, Raffi. Wow! Alter! Warum drückt der so irgendwie? Ey, wirklich? Ja, wenn es das jetzt wäre, ne? Einer geht noch! 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 Er macht Donutsballonsüge! So, meine verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, das war's mit dem Spaß. Es sei denn, meine Damen und Herren, hier vorne auf der Treppe, der junge Mann, der da sitzt, bei dem Eingang. Das ist unser Programmdirektor und wenn der sagt, ich muss nochmal fahren, dann fahre ich nochmal. Was sagt er? Soll ich nochmal fahren? Ja! Soll ich nochmal fahren? Ja! Ja, das seht ihr, selber schuld, ihr kommt da nicht wieder raus, der Programmdirektor hat gesagt, ich muss nochmal fahren. Here we go again! Wir starten nochmal! Yeah! Wir danken euch bei dem jungen Mann, der hier vorne auf der Treppe sitzt. Ja, das werde ich machen! Wir müssen nochmal! Geil! Komm her, die Zugabe gebe ich euch noch! Und warum? Weil einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Einer geht noch! Jetzt zeigt ihr euch, wie man richtig Blue Fighter fährt! Genau! Einer geht noch mit ihm auf den Alter, ich hab fast Grey aufbekommen. Ich auch. Wow! Okay, jetzt übertreibt er. Ich hatte wirklich was. Und jetzt kommen wir weiter raus. Ja, bitte.